Ich habe ihn befreit, ja, weil er tut jetzt das Kaliballen-Darntag, glaube ich. Angreifen. Ich habe ihn befreit. Er klaut es ihnen aus dem Dorf. Wir brauchen Seile und Co. Jetzt müssen wir fahren, Karl. Jetzt müssen wir hier verlangen, Karl. Ja, fristet es denn ab? Ja, ich habe keine sozialen Experimente durch und kommt zu uns. Ja, das ist schon in Ordnung, würde ich sagen. Jetzt greifen wir ihn wieder an. Ja, das ist schon in Ordnung. Ja, das ist schon in Ordnung. Ja, ich habe ihn nicht aufgeliefert. Ja, ich habe ihn nicht aufgeliefert. Ja, das ist schon in Ordnung. Ja, ich habe ihn nicht aufgeliefert. Ja, ich habe ihn nicht aufgeliefert. Sucka, Punisher! Warte, warte, lass dich weglänzen, lass dich weglänzen. Wegwind. Wegwind. Es ist der Alien. Mutantwind. Aber wir müssen nur weggehen, weil die dürfen uns da nicht sehen. Er ist eh schon so gut wie dort. Er weckt sich noch. Was ist das jetzt? Ah! Ja, das ist er auch dort. Was ist das?